Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen INSYS Tutorial. In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie ihr einen ICOM Connectivity Suite VPN Account registriert. Heute zeigen wir euch, wie ihr ein INSYS OS Gerät, also einen Moros, RSM, Imon oder EBW in der ICOM Connectivity Suite VPN anlegt. Dazu öffnen wir einen Browser und erreichen unter der URL www.https//connectivity.insys-icom.de die Startseite der ICOM Connectivity Suite VPN. Wir melden uns mit Benutzername und Passwort an. In der oberen linken Ecke findet ihr die Option Gerät hinzufügen. Es öffnet sich ein Popup Fenster, indem wir zunächst unseren Gerätetyp auswählen, in diesem Beispiel INSYS OS. Wir vergeben einen Namen, unter welchem das Gerät in der ICOM Connectivity Suite VPN angezeigt werden soll. Danach tragen wir die Seriennummer ein. Optional kann ein Gerätecode vergeben werden. Das Gerät wird automatisch der Standardgruppe zugeordnet und erhält eine freie Lizenz. In unserem Beispiel soll das Gerät direkt erreichbar sein. Tragt also die IP ein, unter der das Gerät später in eurem Anlagennetzwerk erreichbar sein soll. Ergänzt die Netzwerkmaske. Mit OK bestätigen wir unsere Einstellungen. Das System übernimmt die konfigurierten Parameter. Jetzt wird das Gerät in der ICOM Connectivity Suite VPN angezeigt. Mit dem Klick auf das Zahnrad-Symbol werden alle Einstellungen aktiviert. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr den Schnellstart Assistenten auf einem INSYS OS Gerät benutzt, um den Router zu eurem VPN Account zu verbinden. ... ... ... ...